Guten Abend und herzlich Willkommen hier auf der Birkenau in Reppstein zum Finale des 52. Pokaltournees. Es ist das grösste Spiel des Jahres weltweit übertragen. Wir sind noch in der Schiedsrichterkabine und jetzt betreten die Spieler das Stadion der Ehre hier in die Birkenau in Reppstein. Das Stadion bis auf den letzten Platz rappelvoll gefüllt. Die Seiten werden verteilt und Anstoß hat Weiss. Das Spiel ist eröffnet, der Ball rollt, das Finale läuft. Die Flanke kommt an den Flügeln, eine herrliche Annahme und erprescht nach vorne zum Strafraum in Richtung Tor. Da kommt der Verteidiger Willem Faulen, doch Weltklasse, wie er hier den Spieler auslässt und den Ball zur Mitte steht. Und da ist das 1-0, ein riesen Tor, ein herrlicher Treffer hier für die Mannschaft in Weiss. Es geht 1-0, das Stadion ist Aussersicht. Wenn Sie erstklassigen Regionalfussball erleben und am Abend richtig festen wollen, dann kommen Sie auf Reppstein, auf Birkenau als Pokaltonier. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Hans Jucker.